Herzlich willkommen. Am Sonntag wurde in Odessa das Nationale Kunstmuseum von russischen Raketen getroffen. Die Ukraine fürchtet durch den Krieg zwischen Hamas und Israel einen Aufmerksamkeitsverlust, aber Präsident Zelensky wurde von der G7 in Tokio und von der EU-Kommission beruhigt, die die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen empfiehlt. Die ukrainische Armee griff am Samstag auf der Krim, die von Moskau 2014 annektiert worden war, eine russische Werft an. Die Halbinsel ist über die 18 Kilometer lange Krimbrücke mit Russland verbunden, aber Kiew will weiterhin das gesamte ukrainische Staatsgebiet zurückerobern. Ein Blick auf unsere Karten. Die Krim ist 27.000 Quadratkilometer groß. Sie bietet einen Zugang zum Schwarzen Meer und die Kontrolle über das Asowsche Meer, durch das man über den Don in die Volga gelangt. Vor dem Krieg war die Krim berühmt für ihr mediterranes Klima, ihren Wein, ihre Berge, ihre Ausgrabungsstätten und ihre Urlaubsorte. Die meisten der zwei Millionen Einwohner leben rund um die Hafenstadt Sevastopol und die Regionalhauptstadt Simferopol sowie um Kerch und Yalta. 1783 erfolgte die erste Annexion der Krim durch Russland unter Katharina der Großen. 1954 übertrug Khrushchev nach Stalins Tod die bis dahin russische Krim der Ukraine. Der offizielle Grund war der 300. Jahrestag der Vereinigung der beiden Völker, aber Khrushchev wollte vor allem das Verhältnis zur Ukraine verbessern, sich mit der dortigen KP gutstellen und sich des Gewichts der im Krieg zerstörten Krim entledigen. Ende 1991 organisierte die Ukraine angesichts des Zerfalls der UdSSR ein Unabhängigkeitsreferendum. Auf der Krim stimmten nur 54 Prozent der Bevölkerung für die Zugehörigkeit zur Ukraine. Moskau erkannte die Ukraine in ihren sowjetischen Grenzen an, also mit der Krim. Nun wandte sich die Ukraine Europa zu. 2013 floh Präsident Janukowitsch nach seinem Sturz nach Russland. Daraufhin besetzten im Februar 2014 russische Soldaten ohne Erkennungszeichen die sogenannten grünen Männchen das Parlament und den Flughafen von Simferopol und setzten ein verfassungswidriges Referendum durch. Die Krim wurde der Ukraine entrissen. Soweit zu unserem heutigen Fokus. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017